Hallo und herzlich willkommen bei Hexit und bevor es losgeht, ist das mein Ernst? Ich habe gerade direkt Escape gedrückt, weil ich mich wohl das letzte Mal direkt auf diesem Sand ausgelockt habe, wo ich jetzt langsam drin versickern werde. Naja, mal gucken wie ich mich nach dem Intro da rausbauen kann, aber es geht jetzt erstmal los. Bis gleich. So, ähm, ich habe gerade erstmal, was ich noch sagen muss, meine Kappe an. Oh, kacke. Komm schon, es bringt ja sogar Stahl nach. Okay, ich bin draußen. Ähm, weg, so. Also ich habe es gerade keine Musik an, wie man es vielleicht mitbekommt. So, mache ich das mal so. Ähm, da habe ich gerade so ein bisschen was verplant, aber es ist ja denke ich auch nicht so schlimm. So. Ähm, ich wollte mir das hier heute mal angucken, was das hier ist, aber das ist, glaube ich, nur eine Statue. Okay, vergessen wir das Ding. Ähm, und essen erstmal was. Äh, in welche Richtung muss ich eigentlich? Genau, ich wollte jetzt in die Richtung und hier dann alles Schwarze sozusagen. In Schwarzen, so dass man auch erkennt, was dort ist. Auf der Map und dann nicht teilweise so schwarze Stellen sind. Okay. Ich wollte gerade einfach mal untergucken, was da ist. Ähm, so. Ähm. Jetzt ist hier Wasser, oder? Wieso? Oh, habe ich gar nicht bemerkt. Guck mal, hier sind Blades. Nur auf Warten, dass ich sie töte. Also, wow, jetzt rastet die aus. Ich sehe kaum was. Richtig Chaos gerade hier. So. Okay. Okay, jetzt als allererstes mal diesen Scheiß abbauen. Und so, hier sind vier Dinger. Wow. Jetzt sind noch mehr. Was geht denn bei euch schief? Hey, wie geht's hier so tief nach unten? Und das ist ein nach unten gehender Battle Tower. Oh. Das ist ein nach unten gehender Battle Tower? Ich gucke mal kurz nach. Also, ich gehe mal ganz kurz hoch. Ähm. Scheinbar, denn hier oben sind Blätter. Okay. Dann ist das einer von diesen härteren Battle Tauern. Um die ich mich jetzt mal kümmern möchte. So, ich habe noch ein anderes Problem. Und zwar mein Inventar. Das füllt sich jetzt gleich wieder mit irgendwelchen Sachen, die ich gar nicht haben möchte. Das heißt, ich muss jetzt nochmal meine Rüstung ausziehen. Ach, ich hasse es, wenn du eine Magnetrüstung hast. Das nervt dich einfach so hart. So, was kann ich hier noch reintun? Das kann ich hier reintun. Ähm, eine neue Achse, die ich irgendwie bekomme, kann ich da reintun. Eine Effizienz Diamond Pickaxe kann ich da reintun. Das kann ich da reintun. Und das kann ich grundsätzlich rausschmeißen. Das und das kann ich auch rausschmeißen. Sehr gut. So, jetzt kann ich, sobald ich drin bin, denke ich meine Rüstung wieder anziehen. Draußen noch nicht, weil sonst ziehe ich das Ganze ja wieder an. Jetzt. So, dann kümmere ich dich mal um diesen Gegner oder um diese Gegner. So. Da ist Delore, sie ist tot. Und hier sind einfach auch wieder vier Spawner. So. Okay. Jetzt geht's wieder nach unten. So. Alles klar. Aber warten wir, wer kommt. Oh, wieder eine Lohe. Alles klar. Ähm. Einfach draufhauen, die können wir hier sehr wenig. Ich bin eigentlich gut ausgerüstet. So. Okay. Da hinten ist eine Lohe. Geil. Erstmal kurz die Kiste. Da ist eh noch Scheiße drin. Ähm. So. Wow, 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 wow. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice von euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oha, jetzt geht's hier gerade einiges ab. Ist das da? Was ist das da in der Mitte? Lol. Hä, was war das? Was ist da gerade zerstört da mit dem Schwert? Okay, hier ist auch noch Scheiße drin, die ich gar nicht will. Wow. Ein Verzauberter, Zombie. Komm, mach ich dir mal mit dem Schwert platt. Zack. Oh, was ist denn da unten los? Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Wow. Okay, scheiß Skelett, äh, scheiß Ding hier. Ihr wisst, was ich meine. Spinne. Spinne ist das Wort, das mir gefehlt hat. So. Hä, was soll denn das? Ist ja nur normales Wasser, ne? Okay, gut. Das sieht einfach wahrscheinlich nur grün aus wegen dem Biom. Okay, das heißt hier einfach einmal runtertauchen. What the fuck? Oha, oha, oha. Ja, jetzt bin ich hier ganz unten irgendwo gelandet in der verkackten Höhle und in der scheiß Situation, muss man dazu sagen. So. Lass mich doch in Ruhe. So, jetzt sind wir ganz unten. Hier unten ist auch wieder nichts drin. Nichts besonderes zumindest in den Kästen. Hä? Giant Turtle. Was ist das? Was ist eine Giant Turtle? Ähm, das macht mir so ein bisschen Angst. Eine Giant Turtle. Zumindest der Name. Alter. Böse oder lieb? Ah, die fällt auseinander. Ich geh mir hin. Mal gucken, ob die mich angreift. Hallo. Oh. Geil, Alter. Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Destroyen, destroyen, destroyen. Hä, wieso bekomm ich Schaden? Ertrinke ich schon, oder was? Ich glaube, ich ertrinke gerade. Ich sollte mich hier mal wegziehen. Oh ja, ich glaube, ich bin ertrunken. Ups. Egal. Guck mal. Bäm. Ich töte einfach mal die Turtle. Wie einfach das Ganze auseinanderfällt. So, also hätte man die aus Creeper-Köpfen gemacht. Also, hier hat einfach 500 Leben. Ich will wissen, was die droppt. Ohne Scheiße. Sie sieht genial einfach aus. So, ich brauch Luft, sonst werde ich langsam sterben. Oh, hier sind Diamanten. Ja, ne, um die jucke ich mich gerade mal nicht. Ich versuche, mich mal hier so ein bisschen lang zu halten. Und hier kommt keiner Spinne jetzt angerannt und nervt mich. Okay, sie kommt tatsächlich nicht. Da war zwei eine, aber sie kommt nicht zu mir. So. Okay, einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Ich will das Teil tot haben. Keine Ahnung, was mir das bringen soll, aber... Ich will das Teil töten. So, ich wächst einfach ganz dazwischen 1 und 2 den Waffen. Ich weiß nicht, welche mehr Schaden macht. Das brauche ich einfach mal so drauf. Aber jetzt bekomme ich sogar wieder Schaden. Oh, ist halt schon tot. Hat mir das irgendwas gedroppt? Das gucke ich mir jetzt gleich mal an. Erstmal wieder in Sicherheit gehen. So, Chocopedia habe ich bekommen. Spin und Auge, Zombie Head. Frisadi Boots. Hatte ich ihn schon vorher? Das weiß ich, glaube ich, gerade gar nicht. Turtle Scale. Nice. Mal gucken, ob ich mit Turtle Scale irgendwas anfangen kann. Ähm... Wow. Also erstmal ganz kurz die beiden Spinne hier. Dann nehme ich mal kurz meine bessere Spitzhacke. Und die Diamanten. Oh, nur ein Diamant. Okay. So, dann tue ich das wieder hoch. Und mal ganz kurz in mein Inventar gucken. Doch, ich habe neue Schuhe bekommen. Ne, doch nicht. Ich habe mich gerade vertan. Frisadi Boots. Das sind auch nochmal Frisadi Boots. Doch, ich habe neue Schuhe bekommen. Ist richtig. So, hinten ist wie eine neue Spinne. Ähm... Ah, hier unten ist auch ein Spinnenspawner. So. Und... Tod der Spinne. So. Kommt, XP. Kommt. Muss jetzt echt runtergehen. Kommt, 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 kommt. Komm. So. Dann baue ich mich hier wieder hoch. Okay, es klappt. Ich habe gerade gedacht, hey, wieso klappt das denn nicht? So. Ähm... Und dann will ich mich nicht weiter in diese Richtung aufhalten, sondern wieder nach oben gehen. Weil sonst finde ich irgendwann später gar nicht mehr raus. Ähm... Aber die Turtle war mal geil. Ich gucke mir mal an, wie krass deren Rüstung ist. Turtle. 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 Turtle Plate kann ich daraus machen. Turtle Helm. Turtle Skate habe ich ja. Okay, sehr nice. Ich gucke mir das jetzt mal an. Ja, wow. Ich kann ja einfach mal machen und dann gucken, was mir die bringt. Aber es sieht ja eigentlich geil aus. Also so ein Schildkrötenpanzer ist, denke ich, schon was ordentliches. Ach, komm schon. Ich will hier einfach hoch. So. Hier geht es wieder hoch. Alles gut. Hätten wir von oben gedacht, dass wir hier in so einem geilen Tower landen? Ich denke nicht, ne? Also es war mal auf jeden Fall eine spannende Tour, die wir gerade hatten. Ähm, und nochmal kurz einen Blick auf die Zeit. Zwei Minuten haben wir noch. Ja. Fand ich mal ganz cool, diese Folge. Beziehungsweise das, was wir in dieser Folge schon gemacht haben. Da hätten wir jetzt einen Battle Tower, sehe ich gerade. Der führt uns auch weiter in das Schwarze rein. Wobei, ich würde jetzt lieber links gehen, sage ich jetzt mal. Und dann, ähm, wenn wir sozusagen hier lang gehen, so einen kleinen Bogen machen und dann wieder nach hier kommen. Weil dann haben wir hier auch alles leer. Und hier sieht es auch so aus, als wäre ja noch ein ganzer Battle Tower. Den können wir ja dann auch noch machen. Und dann kann man sich ja langsam wieder auf den Rückweg machen. Und wir merken einfach, wie lange wir hier schon Hexen überlebt haben. Indem wir einfach nur einmal unsere Ausrüstung mitgenommen haben. Weil wir bekommen immer Essen hier neu in diesem Spiel. Also, du bist in der Kiste da oder bist in den Battle Tower. Bist in einem Battle Tower drin, kämpfst gegen den Battle Tower Golem auch. Und bekommst in jeder Kiste einfach in der Zeit Essen. Und das finde ich ziemlich nice. Dass man nicht immer sozusagen abhängig von so einem Ort ist, zu dem man dann immer wieder zurücklaufen muss oder sowas. Alles klar. Dann, ähm... Ist bald schon alles schwarz in der Nähe weg, könnte man sogar schon fast so sagen. Versuche ich mal hier oben irgendwo hochzuziehen. Komm, komm, komm. Komm, ein Stück hör noch. Komm schon, ich will hier... Ach, jetzt. Ähm... Aber dieses hat mir gerade überhaupt nichts... What the f... Hier ist ein Dorf im Schnee? Das kann ich ja noch gar nicht. Bist in die Biom ist ein... Oder war ich da? Ne, da war ich glaube ich gar nicht. Kann es sein, dass ich hier einfach einmal drum gelaufen bin. Und jetzt so... Hä? Wie laufe ich denn die ganze Zeit richtig, Trollik? Ähm... Egal, ich werde jetzt nicht zum... Soll ich zum Schneebiom? Doch, ich war doch beim Schneebiom auch, oder? Ich weiß es gerade ernsthaft nicht. Egal, ich denke, ich gehe einfach mal zum Schneebiom. So. Und, ähm... Da gucke ich mir auch mal kurz das Dorf an. Und mache mich da noch langsam wieder auf den... Eigentlich vorher geplanten Weg. Bevor ich mir gerade überlegt habe, zum Schneebiom zu laufen. Ähm... Ich habe jetzt, ähm... Die Facecam ein bisschen über meiner Map. Beziehungsweise seht ihr die Map nicht, aber... So, da seht ihr sie. Ich bin direkt daran. Hätte jetzt im Hügel, sollte sie eigentlich schon sein. Da ist er auch. Da ist die Stadt. Und, so, die Zeit ist auch schon vorbei. Ich habe noch ein paar Sekunden, dann nehme ich mir jetzt noch Zeit für euch. Aber... Im Grunde... Ist es das jetzt schon gewesen mit dieser Folge? War, finde ich, eine spannende Folge, muss ich mal sagen. Und vor allem auch eine interessante Folge. Was ist denn das hier? Hä? Was ist das? Hör, ich will da nichts reintun. Warte mal. Kann ich da ein Brot... Oh, kann ich da... Block reintun? Hä? Ich, 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 ich palle das nicht. Was soll das? Moment mal, Moment mal. Es gibt Sachen, die kann man so craften. Ich weiß gerade nicht welche, aber ich habe schon mal Sachen gesehen, die man so craften kann. Ähm, irgendwas... Ich weiß selber nicht, was es war. Blut, Blut oder was denn das? Na, egal. Jetzt habe ich nicht eher eingegeben, verdammt. Biomass? Lol. Äh, egal, egal. Ich will ja irgendwie jetzt an diese Scheiß-Sachen kommen. Aber wie komme ich da ran? Ähm... Ne, die Zachen kenne ich. Exel Diamond. Ähm... Enchantment Table. Achso, das sind nun mal Enchantment Table. Ja, ähm... Rüstung ist das... Was ist das hier? Was ist ein Detektor? Wie bekomme ich sowas? Wie bekomme ich Basalt? Achso, das ist wahrscheinlich irgendwo... Okay. Marble Brick. Oh, was ist das gut? Ich habe sowas schon mal gesehen. Ein pinkes Bücherregal. Ja gut. Ähm... Eigentlich geil für eine Einrichtung, so ein pinkes Bücherregal. Irgendwie... Irgendwelche Blöcke gab es, wenn man nur so machen kann. Oder irgendwelche Flüssigkeiten oder irgendwie sowas. Äh, lol. Achso, okay. Ähm... Ähm... Was ist das denn jetzt schon wieder? Blank-Pattern. Hier... Hä? Hier jetzt kommen wir, das ist das auch was, was hier ist. Kann ich auch selber bauen? Okay. Aber Schmelzofen ist es okay. Wofür kann ich hier von Schmelzofen brauchen? Hey, was mache ich mit dem Schmelzofen? Ich peils nicht. Auswolle. Okay, auswolle kann ich gleich machen. Ähm, okay, okay, okay. Aber... Schmelzofen. Irgendwie... Hä? Was bringt der mir? Irgendwie Rohstoff oder so. Ach, ach, mal was. Ach so, irgendwas aus Holz. Verbrennen. Oder muss ich hier irgendwie Lava reinnehmen oder sowas und dann brennt der automatisch. Ich peils nicht. Ich peil es nicht. Erzähl mir mal, was ist das quasi mit dem Schmelzofen? Ich kann einfach mal googeln. Ich google mal. Also nicht jetzt in der Aufnahme, sondern offline. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich hoffentlich weiß, was das bedeutet. Und bis dahin haut rein, gebt diesem Video einen Daumen oder was weiß ich ihr damit machen wollt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.